weiter geht's mit let's play auf wir wollen kurz auf die ausrüstung überprüfen und wir irgendwas haben das jetzt uns irgendwie noch mal helfen könnte aber nein ja weniger ja in der letzten episode haben wir ja den guten hallo erledigt ja jeder schellere variante mit dem todesfluch warum habe ich ihn angesetzt genau war mal die weich ein däglicher schlüssel ja ich brauche jetzt gerade nur weil ich kann es uns fehlen und danach noch drei klatsch nummer so die hier ist das hier wo ist der bekloppt so gut dann machen wir kurz auf der kryptonite kommt die hammer haben wir ja noch irgendwie was ist das hier ja warte mal ich habe gerade gucken ob ich da irgendwo noch eine ecke finde ich dann auch wie wir da rüber und war das so mit dem so warum auch immer das jetzt moment gedauert hat bis die tür offen gegangen aufgegangen ist weiß ich jetzt auch nicht aber ist mir auch gar nicht egal ja wir haben glaube ich jetzt mit dem ideal für feuer aber sowieso ach komm ich weiß doch das pc noch unterwegs hat natürlich dann gehen wir mal die krypto so steht alle in der gute da ist am boden zerstört mit augen ist zusammen oder euren onkel begraben allein ich tage es für sie sebastian an könnte es nicht ertragen dich auszuliefern aber was nicht ausliefern sie hat gesehen was passiert ist ich gebe dir zeit zum nachdenken sebastian mich ausliefern keine ahnung na gut wegen tollflug ne ich weiß unfassbar dass er tot ist wie konnte das nur so schief gehen das wollte ich nicht ich wollte nicht ich wollte nur helfen ich kann jetzt nicht gehen braucht mich mehr denn je du verstehst du kannst mit ominus reden bring ihn zur vernunft er hört auf dich ich muss zu er na gut keine sorge sebastian ich rede mit ominus danke du bist wirklich ein guter freund ich bin froh dich zu können müssen die jetzt schon wieder hingelackelt ominus da eine katastrophe unglaublich nach dem letzten treffen ging ich direkt nach hogwarts bevor ich mit black reden konnte hörte ich von ann ich bin sofort nach feldcroft und fand sie bei solomons leiche sie war außer sich vor kummer einerseits soll sebastian die konsequenzen tragen andererseits erscheint es ihr unvorstellbar ich will sebastian nicht verlieren aber wir haben wohl keine wahl wir dürfen sie was nicht verraten wir haben eine wahl was bringt es ihnen jetzt auszuliefern er bereut es offensichtlich sehr er wird so etwas nie wieder tun das hat er schon oft behauptet aber wir müssen auch an ende denken sie ist krank und hat jetzt ihren onkel verloren willst du ja auch noch ihren bruder nehmen ich verstehe was du meinst vielleicht hast du recht so sehr ich glaube dass sebastian für seine taten büßen sollte würden wir damit auch ein bestrafen ich hoffe wir tun das richtige ich rede mit wenn ich es bin stimmt sie dem ganzen sicher zu danke omnis du bist ein guter freund was auch vor uns liegt wir müssen es gemeinsam angehen das weiß ich so übrigens diese entscheidung hätte glaube ich eine konsequenz hätte konnte glaube ich die konsequenz gehabt ich glaube wir kriegen jetzt etwas oder wir bekommen irgendwann etwas was es nicht gegeben hätte wenn wir sie besser jetzt ausgeliefert irgendwie sowas ich habe das immer mal gelesen ich habe es mittlerweile aber bitte wieder verdrängt wir haben es ja mitbekommen so jetzt müssen wir mal kurz gucken dass wir mal kurz aufträge müssen wir noch irgendwas gucken das ist das einzige wir müssen warte mal das es gibt bestimmt irgendwas das kann nicht sein dass wir jetzt schon dass wir jetzt was sie schon ins finale starten könnten kurz mal gucken da oben ist mich wieder so aufträge ausrüstung kann ich die eigenschaften nicht anwenden so jetzt eigentlich nicht oder ich habe drei stück insgesamt noch und ich glaube wir brauchen wir brauchen aber die für die italienische schüssel 34 ich habe nämlich gerade so nebenbei ein aber ich glaube warte mal aufträge 13 von 16 es müssten ja noch drei stück drin sein da drei haben wir im inventar ja drei fehlen noch glaube ich allgemein so was haben wir tun sie jetzt warte mal ich gehe mal kurz in gemeinschaftsraum das war jetzt gerade hier sie fliege blöde fließanbau große treppe oder mal was denn jetzt die fliege das ist das kein kann gemeinschaftsraum das wollte ich ja nicht machen ich weiß jetzt nämlich das bringt jetzt die drei wenn wir die drei einsamen das wird 13 von 16 haben wird das wird 13 drin haben oder 13 insgesamt haben aber ich glaube wir haben ich gucke es mir gerade an weil vielleicht haben wir ja glück gehabt aber ich glaube dafür noch zu viele und es fehlen noch drei insgesamt ja so gut ja scheinbar fehlen das auch drei ich eigentlich gerne warum ich weiß nicht aber eigentlich weiß ich nicht was wir zu machen sollen außer dass wie gesagt das ding hier eigentlich wüsste ich jetzt nicht was wir noch machen sollten so ich guck mal wenn wir mal kurz rüber in den raum der wünsche dass wir die sachen einsetzen können vielleicht haben wir ja ein bisschen glück warte mal die karte die karte keine räume wollte man die kartenkammer war das jetzt nicht aber ich wollte eigentlich jetzt hier hoch müssen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger nur ein bisschen auf zeit spielen das war mir dann haben wir aktuell das blaue umrandet ist aktiviert na aha ok sind wir noch das modkalb hier haben wir schon vollständig verbessert ja wir brauchen wir brauchen mondkalbe also die verbindung ja scheinbar oder wo sind meine mondkalbe ich versuche jetzt kann ich mal auf zeitspielen wenn man noch kommt aber ich glaube eher weniger ach das der phoenix ok also jetzt ruhig außer dass ich guck grad noch mal ein buffi ach hier ist ein mondkalb ach hier super Ja, nimm mal Ist doch nicht zum Italien bereit, okay Willst du noch mehr fressen? Jetzt Ah, toll, ich kann Ah, wir haben fünf Stück gekriegt, okay Cool Haben wir nur das eine? Haben wir nur das eine jetzt, oder? Also scheinbar tatsächlich nichts mehr zu kommen Wie seht ihr, wir müssen nochmal nach Feldkauft Das könnte natürlich auch sein, dass wir da auf der Karte nochmal nach Feldkauft müssen Okay, scheinbar nix Okay Das brauchen wir jetzt gerade noch nicht Gut, ich hab nicht genug, ne? Das ist es halt Ich hab nur das eine Aber es ist nicht weiter tragisch Wir können ja jetzt trotzdem ein bisschen was gucken Wir können uns ja mittlerweile jetzt so ein bisschen langsam das Finale vorbereiten Deswegen will ich jetzt ein bisschen was machen Keine Sorge Verbesserung anzeigen Mal auf das vier machen Verbesserung anzeigen Alles Wupas Haben wir nicht ein Wupar, Luca? Eigenschaften Mal auf dem hier was so schönes Zu mächtig für dieses Objekt Okay Ein bisschen was verbessert Ja, aber nicht viel So Chinesischer Kaukohl Nehmen wir Aber scheinbar wirklich, dass wir nicht mehr allzu viel Zeugs haben Dass wir nur noch wirklich dieser Hauptmisschen Und dann mit dem Let's Play durch sind Und dann mit dem Let's Play durch sind Ja, perfekt Supi Oder müssen wir noch mal Können wir noch mal nach Feldkraft und dann noch irgendwas machen Ja, es sind rein theoretisch doch Quests offen Rein theoretisch ja, aber Das sind alles nur so Nebensachen Nur Feldkraft Oder Magie Wer ist das? Ist das von Hogwarts? Ist hier unten irgendwo? Schloss Smogwood Oder Magie Prüfung Merlins Ja, wir haben noch eine Prüfung Merlins Und so offen Ich weiß das alles Cambridge Ist das Feldkraft? Iron Dale Okay Da kommen wir von Feldkraft Südfeldkraft Feldkraft Haben wir noch irgendwas offen Wenn es jetzt irgendwie noch möglich ist Wir reisen mal rüber Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen So Dinge verkaufen Welche Produkte verkaufen Sie? Was verkaufen Sie hier? Schön, dass Sie fragen Ich verkaufe alles, was es an Tierwesen-Nebenprodukten zu finden gibt Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie sich gern um Irgendwann kommen Sie schon wieder So ist es immer Kann ich mal die Bahn mal angucken? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Okay Wir können ja Dinge wieder verkaufen Ich brauche ja nicht Das sind ja Dinge Halt, die Handschuhe Die will ich gerade mal kurz gucken So Dinge verkaufen So Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei Ja So Aber Feldkraft Ich glaube, wir haben sonst eigentlich Nichts mehr, ne? Was ist denn hier noch so ein Zettel, Leute? Ein Brief Es ist so viel geschehen Ich musste für eine Weile hier raus Ich vermisse Ongel Solomon Ich brauche Zeit für mich Ich will dich immer lieben Doch ich weiß nicht, ob ich dir je verzeihen kann Okay Damit wird klar sein, dass wir eigentlich relativ Oder hier sagen wir was anderes Ein Brief von Alan Tello Das ist meine Thomas Tello Das ist nicht deine Lass meine Sache in Ruhe Okay Da ist noch mehr Ich brauche doch mal einen Titel Also scheinbar wird nicht mehr viel passieren Sie wäre es schön Hat sich noch mal ein Bild gediegt Aber ich habe jetzt nicht Das ist ein Alles klar Ja, dann Gucke ich gerade mal, ob wir noch irgendwas haben Eigentlich haben wir gerade nichts mehr Ja, die totalischen Schlüssel Die drei Dinger brauchen wir noch Und das Finale Gut, dann würde ich sagen Mit dem großen Finale Starten wir dann in der nächsten Episode Und dann gucken wir mal Aber endlich 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 Den guten Ähm Nicht Wugput, sondern Renrock In die Knie gezwungen bekommen Und dann Sind wir durch mit dem Let's Play Und dann geht's mit dem neuen Bericht Bald weiter Bis dann, tschüss Ina Und dann Untertitel , quant Untertitelung des ZDF, 2020